Guck mal, da ist ein Bildschirm, da kannst du dich sehen. Sagst du mal Hallo? Hallo liebe Kunden. Hallo lieber Uwe. Hallo Uwe. Hallo. Warum hast du eigentlich nur eine Sonnenbrille? Ich trage einfach immer eine Sonnenbrille. Weil du wusstest, dass du die ganze Zeit im Sonnen guckst. Wenn du jetzt Snoop Dogg in der Halle siehst, der irgendwo Leichtathletik anguckt, den fragst du ja auch nicht, warum hast du nur eine Sonnenbrille auf? Da kommt die Security und hol dich weg und entfernt dich aus dem System, weil du einfach die falsche Frage gestellt hast. Ich hinterfrage es ja gar nicht. Genau. Und ich habe gerade eben gesagt, ich finde es albern, ob man eine Sonnenbrille trägt oder nicht. Wir müssen in der Sonne stehen, damit dieses Produkt hier zum Leuchten kommt. Das ist richtig. Und das blendet halt echt wie die Sau, ja? Also warum soll ich denn die ganze Zeit so, ich kann die kaum sehen, aber ich habe halt gerade keine Sonnenbrille. Du hast keine, okay. Du musst halt dementsprechend leiden. So ist es. Haben wir schon aufgenommen. Wir sind jetzt hier mit dem Ralf Grösel. Der eine oder andere Name kennt ihn aus dem ein oder anderen Interview. Das war schon fast ein bisschen inflationärer. Ach, komm jetzt hör doch auf. Naja, okay, man muss ja auch ein bisschen was tun halt. Das ist die Frage. Man muss was tun halt. Man muss was tun. Wenn man was tut, dann... Damit man sichtbar wird halt. Das ist halt schon entscheidend. Und wir sind bei F1 und Ralf hat jetzt gestern aus dem Labor in Nordmazedonien den neuen F1 Trigger mitgebracht. Das ist korrekt. Made by Brainshide. Absolut. Also, das heißt halt, der Trigger gibt ja zwei verschiedene, wie wir schon in einem Bericht vorher gelernt haben. Einmal das Modell, was jetzt von dem eigentlichen Team oder bisherigen Team designt wird und auch gefertigt wird. Dann in China. Genau. Und ein Trigger-Modell, was komplett neu designt ist von dir. Absolut. Mit deinen Verarbeitungstechniken, die nur exklusiv bei euch sozusagen erhältlich sind, weil ihr euch oder du dir den ganzen Scheiß ausgedacht habt. Klatter der Ratsch. Klatter der Ratsch. Na ja, sag ich mal so. Grundsätzlich gesehen, wir stellen jetzt vielen die Frage, warum haben die so viele verschiedene Kite-Loop- und Big-Air-Modelle. Die Frage will ich jetzt in dem Fall gar nicht stellen. Ich sage jetzt mal, das ist jetzt hier einmal ein XR und ein XR Pro. Vielleicht übertrieben gesagt. Der eine wurde von dem designt, der andere wird von dir designt. Dementsprechend. Also mehr das performance-orientierte Modell. Wie ist die Herangehensweise? Wir haben jetzt hier augenscheinlich, sieht es jetzt erstmal aus, ein normaler 5-Stratter, eine hohe Streckung, ausgeschlankte Tipps und so weiter. Also die Grundgeometrie ist sehr ähnlich halt natürlich auch mit einem Rebel oder anderen Modellen. Sozusagen, wo du, da setzt du an. Wo setzt du an halt, wenn es, hier geht es ja darum, halt wirklich ein komplett neues Gerät zu schaffen. Also ich setze letztendlich dort an, wo tatsächlich der Request der Pro-Riders ist. Also dieses Modell, wie du es auch gesagt hast, letztendlich, es gibt bei F1 unterschiedliche Triggers. Es gibt jetzt eben die Pro-Variante. Wir können das ruhig so nennen am Ende des Tages, weil warum nicht? Und Pro bedeutet immer für mich, dass wirklich ein Produkt entsteht oder entstehen muss, was nachher tatsächlich so, genauso in dieser Form bei Wettkämpfen eingesetzt werden kann. Und es gibt bei F1 Neuerungen, was Teamfahrer anbelangt, kann ich jetzt noch nicht sagen, aber kommt. Und das wiederum ist letztendlich auch der Ausgangspunkt für dieses Modell, nämlich eine Kooperation mit einem bekannten professionellen Kiteboarder. Ähnlich der Kooperation bei Haarlem mit... Zwar genau so, wie die Kooperation mit Haarlem und Aaron Hadlow und mir, weil letztendlich dadurch halt es die Möglichkeit gibt, einmal wirklich zu verstehen, was braucht der Bereich Big Air Contest Rider. Also was sind die Parameter, die wirklich wichtig sind, um so einen Contest zu gewinnen. Und meine Aufgabe, weißt du, ist ja immer quasi daraus ein kommerzielles Produkt zu generieren. Ich habe noch nie einen Kite nur für einen Teamfahrer gemacht, sondern ich habe immer versucht, so weit zu verstehen, was der Teamreiter möchte, aber ohne dadurch quasi einen kommerziellen Aspekt zu verlieren. Und ich denke, das ist hier beim Trigger sehr gut gelungen. Du wirst es ja dann testen, kannst du dann wieder selber für dich entscheiden. Also wir hatten schon gesprochen halt, ich denke, wir kriegen den auch, sobald ihr jetzt halt mal einer adäquaten Menge verfügbar ist, werden wir wahrscheinlich den auch zum Testen dementsprechend bekommen. Also sind diese einzelnen Komponenten, wie das Tuch, die Struts, Fronttube und so weiter und so fort, sind die, wie soll ich sagen, entscheiden die über dieses Moment, dass es halt da, also einerseits durch die Leichtigkeit des Gewichtes, aber auch die Gesamtperformance, dass du ganz klar sagen kannst, okay, wenn ich das jetzt, wenn ich nur das eine einfüge, dann wird es schon mal so und so viel besser. Oder muss ich das, muss ich in der Gänze dieses Gesamtkonzept verfolgen, weil wir haben jetzt, also wir haben jetzt schon zwei Modelle von zwei verschiedenen Firmen, muss man einfach sagen. Und konzeptionell, sagen wir mal so, wenn es jetzt anders gebrandet wäre, hätte es jetzt auch theoretisch ein Schirm von Harlem sein können. Klar, Harlem will was anderes. Genau. Und hat eine andere Idee, das ist wahrscheinlich der Punkt, oder? Genau, und das ist letztendlich auch der Punkt, also um auf die erste Frage einzugehen. Wir haben ja ein modulares System und das, was du jetzt hier siehst, also Starcron, die Struts und die Canopy, das sind ja die Hauptkomponenten, aus denen man letztendlich ein Produkt generieren kann und auch sehr stark eingrenzen kann. Geht es nach links, geht es nach rechts, geht es in die Mitte. Und hier bei diesem High-End-Performance ist es so, dass die Canopy, ist nach wie vor das Flylight 50 Hard, was momentan das leichteste Canopy-Material ist. Es ist unser Darkron, das wir entwickelt haben und es ist auch das Drahtmaterial mit einem Mylar-Film, was wir auch für uns haben entwickeln lassen, für Brainschalt entwickeln. Das heißt, das ist schon so, sag ich mal, der aktuelle modulare Baukasten für High-Performance-Schirme. Ja, okay. Wenn ich den jetzt austausche, also wenn ich die Struts durchtausche und die Canopy, also die Canopy hätte sicherlich den größten Effekt auf die Flugperformance, auf die Gesamteigenschaften. Das heißt also, wenn ich das anders gestalten würde, würde ich eine andere Canopy nehmen, dann würde ich die Struts wechseln und die Leading Edge bleibt so, wie sie ist. Wir haben da momentan weder Alternativen, noch brauche ich eine Alternative, weil das funktioniert so gut. Und ich vor allem auch weiß, was ich machen muss, um gewisse Flugeigenschaften zu generieren. Man muss sich das auch erst mal erarbeiten, dass man ein Verständnis bekommt, wie die Sachen alle zum Schluss miteinander harmonieren, damit man irgendwas verändern kann. Genau, und das Schöne ist, ich könnte jetzt zum Beispiel eine andere Canopy drauf machen und dann hätte der wirklich signifikant andere Flugeigenschaften. Nur mit der Änderung eines Parameters. Das heißt also jetzt aktuell geht es darum, wir gehen alle wieder Richtung der Silly Season, also Silly Season haben wir jetzt, weil gerade keine Wettkämpfe sind, aber wir gehen in Richtung Wettkampf Season, Big Air Wettkampf Season. Und deswegen ist natürlich auch vom Timing her das schon so angedacht, dass der Trigger dann in allen Größen verfügbar ist für das nächste große Event. Der erste Event ist Cold Hawaii? Genau, der erste große Event ist Cold Hawaii und das ist Around the Corner. Ja, das wird ja auf jeden Fall eine ganz spannende Geschichte, weil wir natürlich wahnsinnig viele Firmen haben, die jetzt alle, also der Hype wird jetzt zum Super Hype und wir sind jetzt alle nur noch Formel 1. Ich übertreibe jetzt halt natürlich bewusst dementsprechend, weil wir ja teilweise wirklich überall drei verschiedene Modelle mittlerweile haben von gleichen, gleichnamigen Produkten, die auch marketingmäßig genauso beworben werden dementsprechend. Darf ich da mal einhacken, weil ich glaube, dass sich das relativ schnell ändern wird. Ja, vermute ich auch. Ja, weil es letztendlich ist es ja so, wir setzen ja im Grunde genommen Standards mit dem, was wir machen. Also jeder Hersteller setzt für sich neue Standards. Die meisten Hersteller haben dieses Alula-Game mittlerweile sehr gut verstanden, wo man auch wirklich sagen muss, es ist auch sehr, sehr gut für den Markt, dass eben nicht nur eine Firma quasi dort oben mitspielt, sondern wir halt eine Mehrzahl an unterschiedlichen Firmen haben, die da in der Lage sind, kompetitiv unterwegs zu sein. Ich glaube aber, dass sich das Ganze schon auch wieder relativ stark bereinigt. Du weißt ja, dass eben unsere Brenn-Schalt-Produkte, dass das Ziel davon ist, das beste Preis-Leistungs-Verhältnis anzubieten. Ja, also das Produkt ist einfach ein Tausender günstiger als ein vergleichbares Alula-Produkt und deswegen bin ich davon überzeugt... Ja, genau, das ist halt eigentlich, man kann es gar nicht eigentlich oft genug erwähnen, weil letztendlich ist es der Keypoint, weil du sprichst ja auch nie davon, dass du sagst, komm zum Colter Weil, guckt euch den Trigger an mit dem neuen Fahrer halt und ihr werdet sehen halt, er wird halt einen neuen Rekord brechen bei der Höhe. Weil das ist halt etwas, da gibt es so viele Faktoren, ob du die richtige Welle triffst halt, ob du die richtige Böe erwischt halt und so weiter und so fort. Wir reden da wirklich über sehr, sehr viel Wind halt, wo normalerweise alle anderen schön zu Hause bleiben und Kaffee trinken. So ist es, genau. Einmal so ist es. Aber letztendlich geht es ja auch darum, man muss halt schauen, wenn man sich die Competition an... Nicht den Hund treten! Ja, dann hat einer probiert, den Kite anzufassen halt, da liegt aber ein Wachhund. Das ist aber sehr, sehr gut. Der passt schon auf. Schon irgendwie. Ja, schau mal, wenn du dir die Competition momentan anschaust, dann sieht man einfach, dass wirklich jeder pusht. Ja. Ja, und dass jetzt wirklich dieses Competition unter den Fahrern, unter den Herstellern voll in Brand ist. Und wenn du dich erinnerst an ein Interview, was ich vor zwei Jahren mit dir gemacht habe, wo ich genau gesagt habe, das braucht der Markt, der Markt braucht diese Competition. Weil es einfach dafür sorgt, dass tolle neue Produkte entstehen. Es bewegt sich halt, man merkt halt bei allen, dass es sich vorwärts bewegt halt. Und vorher war das auch von unserem Empfinden halt schon keine Liturgie, aber schon halt so, wo du sagst, naja, es stagniert so ein bisschen und niemand sieht so die richtige Notwendigkeit, jetzt hier irgendwie was Bahnbrechendes dementsprechend zu verändern. Insofern ist das halt, sage ich jetzt aus unserer Sicht halt, auf jeden Fall, wie es auch immer geartet ist oder wem es auch gefällt, auf jeden Fall schon mal eine sehr erfrischende Sache. Genau. Also ich glaube, das kann man einfach festhalten. Ich glaube, für die Kite, für euch da draußen gibt es auf jeden Fall viel Neues, Spannendes zu entdecken. Und nochmal, um auf unsere Initialthematik einzugehen, ich denke, dass sich einfach der Markt verändert und dass neue Standards kommen. Ja. Es gibt unterschiedliche Wege, diesen Standard zu erreichen. Wir versuchen das bei Brenschalt eben über das beste Preis-Leistungs-Verhältnis aktuell am Markt. Und ich glaube, da sind wir uns einig. Das haben wir, glaube ich, auch ganz gut getroffen. Dann würdest du mir sogar zustimmen, würde ich sogar fast machen. Würde ich dir jetzt, würde ich dir momentan in dem Fall auf jeden Fall zustimmen. Das ist so echt, der kommt super schwer über die Lippen, aber ja. Nein, 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 das stimmt nicht. Für wir müssen wir mal schlecht machen. Nein, überhaupt nicht. Nein, aber das ist halt genau das Ding. Für mich ganz, ganz wichtig an der Stelle, es gibt unterschiedliche Ansätze von Teamfahrern. Es gibt dort unterschiedliche Philosophien. Ich versuche, das Ganze zu lesen und natürlich auch dementsprechend richtig zu interpretieren. Das ist eine super Herausforderung jetzt, eben mit einem komplett neuen Team für eine neue Firma, mit einem gänzlich, für mich auch gänzlich neuen Teamfahrer zusammenzuarbeiten und das Produkt so abzustimmen, dass sowohl der Teamfahrer als aber auch ich das Gefühl habe, ich habe ein kommerzielles Produkt für euch erschaffen. Und der Teamfahrer sagt, geil, damit möchte ich gewinnen und möchte mein Limit damit pushen. Wie lange dauert die Zusammenarbeit mit so einem Teamfahrer, sodass du halt sagst, das ist jetzt einfach komplett rund und das passt zu hundertprozentig. Man versteht sich, wie so ein altes Ehepaar schon fast blind. Ich sage jetzt mal mit Aaron, aber das ist schon ewig zusammen. Ewig zusammen, ja. Das ist eine andere Sache. Das ist schon eine easy going Nummer, so wie wenn unsere Tester, die werden jetzt auch nicht wahllos ausgetauscht halt. Davon gibt es auch eine Menge, aber wir arbeiten natürlich immer im speziellen Bereich mit den gleichen Leuten zusammen, weil man genau weiß, wie das Feedback ausfallen wird, damit man daraus auch zum Schluss ein vernünftiges Testergebnis machen kann. Und so sehe ich das ähnlich. So ist es auch. Also ich meine, wenn man so eine Kooperation beginnt, also auf der einen Seite natürlich für F1 ist es erstmal für mich wichtig, die DNA der Firma auch zu verstehen. Auch die Menschen, die Philosophie. F1 ist einer der ältesten Firmen in dem Bereich, auch mit dem größten Heritage. Das ist natürlich halt auch die Verantwortung sehr groß, etwas zu bauen, was nachher richtig funktioniert. Weil ich selber möchte mich ja auch daran messen, will ja auch daran gemessen werden, unbedingt. Und die Zusammenarbeit mit den Teamfahrern kann extrem unterschiedlich sein. Also ich glaube, es gibt nicht eine Handvoll Teamfahrer, mit denen ich arbeiten könnte, weil in der Vergangenheit sich immer wieder herausgestellt hat, dass man nicht die gleiche Sprache spricht. Und ich meine jetzt nicht die Sprache, also Englisch oder Deutsch, sondern man spricht nicht die gleiche Sprache. Man kommt vom Wasser und der eine sagt X, der andere sagt Y, irgendwas. Das geht nicht. Und in dieser Konstellation muss ich sagen, funktioniert das extrem gut. Und deswegen sind wir überhaupt in der Lage, in so kurzer Zeit ein Produkt fertigzustellen, dass dann eben auch wirklich in den nächsten Wettkampf hineingehen kann. Also ich würde sagen, die Entwicklungszeit bei diesem Trigger, ich würde fast sagen, dass es Rekord ist in der Geschwindigkeit von dem, wie ich etwas entwickelt habe in der Vergangenheit. Aber es sieht natürlich auch mit meinem Wissen, würde ich ja selber... Irgendwann weißt du schon, was du machst. Ja. Sollte man annehmen. Sollte man annehmen. Aber es ist trotzdem eine Herausforderung, muss ich auch sagen. Aber es ist eine tolle Challenge. Also ich finde es mega, mega geil, dass ich da eben auch für mich nochmal ein bisschen auf mir selber beweisen kann, dass es eben machbar ist. Und ich glaube, es ist ein sehr schickes, sehr schönes, noch nicht ganz fertiges. Wir arbeiten ja noch dran. Aber die Größen 6, 8, 10, 12, die wir jetzt da haben, die funktionieren tatsächlich so, wie ich es mir vorgestellt habe. Okay, cool. Wir hatten ja zwischendurch schon mit den California Kitesurf Masters, das muss ich immer noch ein paar dazwischen sagen. Da sind wir gerade. Da sind wir gerade, hatten wir schon Anfragen bezüglich des Bandits. Der ist ja auch fertig. Ja, es gibt... Ein Modell habt ihr auch schon hier vorgestellt halt. Genau, das war aber... Also das Modell, das hier liegt, ist eine ganz Early Stage. Ich kann jetzt gar nicht sagen, von wann das Modell ist. Das ist Monate her. Das ist ja eine Arbeit von Robert Graham, also von Raphael und Robert. Da ist die Umsetzung, liegt also die Fertigung auf Brainschallseite. Da bin ich aber nicht involviert. Deswegen kann ich dir auch nicht ganz hundertprozentig sagen, ob es fertig ist oder nicht. Also ich kann dir nur sagen, wir machen gerade Modelle mit dem finalen Print-Set. Und wie das aber dann von der Timeline her weitergeht, kann ich dir so aktuell tatsächlich sagen. Okay, dann müsst ihr euch halt nochmal ein bisschen gedulden halt. Da wird es halt auch sukzessive weitergehen dementsprechend. Und naja, ihr werdet es ja spätestens in sozialen Medien oder bei uns vielleicht im Test oder wo auch immer. Oder bei F1 auf der Seite sehen halt, wenn die Sachen halt gelauncht sind. Ich sage erstmal bis hierhin, erstmal vielen Dank. Und wir gucken mal, ich gucke jetzt mal, was die anderen so zu ihrem Programm noch zu sagen haben. Vielen Dank, Uwe, ich danke dir.